Abstürzt, aber es läuft wieder alles einwandfrei. Warum hoffen? Ich hab mal eine Steuerung gestellt. Jetzt hab ich hinten auf der LT-Taste das drauf. Und das geht wunderbar. Wunderbar, dass er gleich wieder abstürzt. Was? Dass er wieder abstürzt. Das Geile ist, ich kann die dauerhaft drücken jetzt. Was jetzt gut wäre, wenn ich wissen... Was jetzt interessant wäre, wegen Leben. Möchtest du nicht einmal abstürzen oder so? Nein, will ich nicht. Ich stütze jetzt nicht. Vergiss es. Du alter Pumockel. Ja, danke du Arsch. Okay, acht Leben. Jetzt hab ich das vergessen. Na, da sag ich mal nix zu. Ja. Also das Kong kriegst du nicht mehr. Ehrlich? Ist mir auch egal. Summ, summ, summ. In seinem Hintern summ, summ, summ. Kriegt er noch einen fetteren Arsch. Nein, der hat auch aufzend los. Was denn? Was willst du von mir, hä? Warum hast du dieses Level geschafft? Tschüss. Weil ich die Sprint-Taste ordentlich gelegt hab jetzt. Scheiße, ey, jetzt kann er mich noch, wenn ich Pech hab, immer einen holen. Kacke, jetzt hab ich Angst. Überleg mal. Wir finden die RT-Taste, die du richtig gut bedienen kannst dann dadurch. Ja, klar. War ich jetzt zu kurz? Hab ich schon. Hab ich schon alles gemacht. Alles klar. So, da waren wir noch nicht. Tschüss. Yay. Deswegen kannte ich nicht gut. Ah, du willst einiges kennenlernen. Yay. Ist das dein Ernst? Hast du das halbe Level schon geschafft, dadurch ist, oder was? Klar. Klar, wir sagen es. Vieles verpasst bestimmt gerade, ne? Oh ja, man hat vieles verpasst. Boah, das ist mies. Wenn du im falschen Moment drückst. Das hab ich nämlich auch immer geschafft. Ja, ich hab nur das bis zum O geschwungen. Jetzt ist die Hälfte, siehst du? Ja. Aber das gute halbe Level ist geschafft. Warte mal, wo war es denn? In dein Kopf? Da unten irgendwo. Ich meine auch. Oh, das kannt ihr. Ah, shit. Der in der Mitte ist es, glaube ich. Yay. Kannst du nicht dabei noch zur Seite lenken eigentlich? Äh, bei denen nicht. Achso. Es gibt Dinger, da kannst du es an der Seite machen. Ah, ich glaube, da muss... Nein, ich meinte zur Seite lenken, wenn der hochkommt. Liegt einer. Hm, ja. Ich glaube, ja. Nee, kannst du nicht. Wenn die fest sind, so dann nicht. Nein, wenn er hochgeschossen wird. Wenn er wieder runterfällt, dass du zur Seite lenkst. Aber weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, dass es ging. Ja, es ging, glaube ich auch. Oh nein. Oh, was war das? Das war knapp. Das meinst du? Ich hasse diese Level mit den Kisten, ey. Ganz ehrlich, mit den Fässern, wo du dir rumballern musst. Boah. Ja, die sind gemein, das stimmt. Das wird noch schlimmer gehen. Ich glaube, das ist Donkey Kong Teil 2. Ey, du sollst da runtergehen. Ähm. Ja. Ja, das ist Donkey Kong Teil 2. Und zwar in dem Kirmes Level, glaube ich. Ich glaube, ja. Da besteht ein Level nur aus diesen Fässern. Ja, ich glaube, ja. Ich weiß das nicht mehr. Ja, das würde ich dir jetzt glauben. Da du daneben gegangen bist. Ne, da war ja keiner mehr. Äääääääääääääääääääää. Ich renne da einfach durch. Mein Leben. Aber Leben sind geblieben, hast ja gesehen. Ja, aber ist ja nicht immer so. Weil das ja so ne Safes sind, deswegen. Darum bleiben die. Ja, dieses normale Safen, ne. Von Gikong, hallo. Ah, jetzt weißt du's. Jetzt kann ich dir gleich auch die anderen Tricks zeigen, wenn wir halt im nächsten Ding schon sind. Ja. Ja, das ist ganz eigentlich... Ui. Boah, das hat sich... Du musst springen drücken, ne? Ja, hab ich doch. Hab ich. Ja, wenn du musst springen drücken, wenn er wieder auf dem Reifen drauf ist. Ja, hab ich. Das ist ein Knallertal. Ich sag ja, manchmal klappt das nicht. 18 Leben, ey. Ich n Schatten. So, warte mal. Hm. Schaden hast du so. Guck mal erstmal her. Da du tot bist, kann ich ganz gemütlich hier durchlaufen. Wenn du das n Schaden hast, das stimmt. Warte mal, ich probier das mal aus. Ne, ging nicht. Ne, geht nicht. Oh. Ich kann nix machen. Ne, aber ich glaub das ging bei manchen Dingern. Ich glaub... Nein, ich wollte das fast so noch nicht nehmen. Nicht? Oh, scheiße. Mist. Oh, bin ich behindert. Ja, das bist du. Da geb ich dir recht. Scheiße, ich wollte eigentlich... Ich meine, da ist was. Oh, nee. Ich meine, da ist auch jemand grad weggerannt. Ratzmaul. Was denn? Ich hab's auch gar nichts gesagt. Das ist nicht... Jetzt kommt wieder geil zu Teil dir. Ich hasse dieses Fass. Wo du eben vorbeigeflogen bist und reingetroffen hast. Ja. Das ist aber auch nur ein Zufall. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ja. Ja. Na. Oh, Mann. Du weißt, der Affe kommt wieder, ne? Ja, ich wollte. Ohoho. Ohoho. Ich weiß. Ja, der Kleiner hat's ja gut, der kann ja das fast so unten unternehmen. Naja. Ich hab's raus. Sonst wär's weg gewesen, wenn Donkey Kong das gewesen wär. Nimm mal das fast procrastinate. Nimm da nicht. Müsste ja... fallen. Ja, aber ich mein... Wenn man gedrückt hätte, nimmt sich ja auch automatisch viel besser auf. Oh. Oh, Zentus. Wie war's denn das? Du war's das. Sicherlich nicht. Ach was, ich. ja wie das will heute lieber ja wie der krieg drunter das ist lustig macht kein riskant du hol dir es in safe wenn die dinger willst du mich verarschen soll ich mir was sagen die war stachlich die war spitz auf dich könnte jetzt auch das geile daran krieg halt das jetzt nicht doch sagen ja dann das erstmal pissen und ich komme mich ans fast wieder und aber nicht scheiße darf ich nur nicht fehlen lang sind das auch kommen herzhaft sind das bist du fertig aber schon mal wieder speichern das dauert bis denn das vom klo wieder da ist zentos wir warten auf dich zentos wir warten alle auf dich als flash die das erhältst du hast du gelabert hast aber das nicht sehen wie ich lang gegangen bin warum springe ich da immer wieder auf weiß ich nicht du kannst bis zum vorderen reifen gehen ja genau zu blöd dazu zentos das hier noch richtig spaß geben ja so knallertal noch mal alle guten dinge sind drei nichts weil du ja auch schon wieder gestorben ist wie ist das ein bisschen schlimm jetzt habe ich das sogar hingekommen ja es wird fast gelandet bin bein gemacht sind wir wieder aha scheiße was er nicht gesehen was sie gemacht haben nach dass ich auch zu spät gesehen normalerweise kommst du da vorne raus damit du den buchstaben glaube ich bekommt und ich habe den ja gespürt bei mir schon und ein kleid da rein gehört dass du gespürt hast das war knapp ich drück eigentlich genau passend nein aber irgendwie wollen die fässer nicht was sagen wir alle haben Yea 50 und hinterher ist man ecuags haben christian asher christian as sei christian asher das musste durchkämpfen das musste durchgehen aber ist noch nichts richtig musst du das machst du gerade ja 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 sicherlich ja warum sprungst du mal vorbei damit die auch fragen nein du schwuler kroko man bist du schlecht nein jetzt habe ich kein ich wollte eigentlich schiff drücken